Maurice Leblanc, Arsène Lupin, Gentleman Garner, die Verhaftung des Arsène Lupin. Welch eine sonderbare Reise! Und sie hatte doch so gut begonnen. Ich wenigstens hatte noch nie eine unter so günstigen Vorbedingungen unternommen. Die Provence ist ein rascher, bequemer Überseedampfer, den der liebenswürdigste aller Kapitäne befähligte. Die ausgewählteste Gesellschaft war an Bord beisammen, schnell waren Bekanntschaften angeknüpft, gemeinsame Vergnügungen veranstaltet. Wir empfanden das köstliche Gefühl, von der übrigen Welt abgeschlossen und wie auf einer unbekannten Insel, auf uns allein angewiesen zu sein. Folgerichtig kamen wir einander näher. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, wie eigentümlich und köstlich so eine zusammengewürfelte Gruppe von Menschen sein kann, die sich am Vorabend noch fremd waren und die nun während einiger Tage zwischen dem unendlichen Himmel und dem gewaltigen Meer auf engstem Raum miteinander leben und dem Wüten des Ozeans, dem erschreckenden Ansturm der Wellen und der heimtückischen Ruhe des schlafenden Wassers trotzen müssen. Dies ist doch wohl im Grunde eine Art tragische Verkürzung gelebten Lebens selbst mit seinen Stürmen, seiner Größe, seiner Monotonie, seiner Vielfalt und vielleicht erlebt man gerade deswegen solch eine kurze Reise mit fieberhafter Hast und umso heftigerem Genuss, weil man zu dem Zeitpunkt, da sie beginnt, schon ihr Ende voraussehen kann. Hinzu kommt auch noch, dass die Überfahrt seit einigen Jahren noch aufregender geworden ist. Die kleine schwimmende Insel ist jetzt mit jener Welt verbunden, von der man sich befreit glaubte. Ein Band besteht, das sich inmitten des Ozeans nach und nach auflöst, um bald wieder neu geknüpft zu werden. Die drahtlose Telegraphie. Rufe aus einer anderen Welt, deren Nachrichten wir auf geheimnisvollste Weise empfangen. Sich die leeren Drähte vorzustellen, durch die die unsichtbare Botschaft geschickt wird, sprengt unsere Einbildungskraft. Das Geheimnis ist viel unergründlicher, aber auch poetischer. Und man muss unwillkürlich an die Flügel des Windes denken, wenn man dieses neue Wunder erklären will. So fühlten wir uns in den ersten Stunden verfolgt, begleitet, ja überholt von dieser fernen Stimme, die von Zeit zu Zeit einem von uns einige Worte von Jenseits zuflüsterte. Zwei Freunde sprachen mit mir, zehn, zwanzig andere sandten uns allen ihre betrübten oder lächelnden Abschiedsworte durch den Äther nach. An einem gewitterschweren Nachmittag, dem zweiten, wir waren bereits 500 Meilen von der französischen Küste entfernt, übermittelte uns der Funktelegraph folgende Depesche. Arsène Lupin an Bord, erste Klasse, Wunde, rechter Unterarm, reißt allein unter falschem Namen R genau in diesem Augenblick, fuhr ein heftiger Donnerschlag über den tief verdunkelten Himmel. Die elektrischen Wellen wurden dadurch unterbrochen und der Rest der Depesche erreichte uns nicht mehr. Von dem Namen, unter dem sich Arsène Lupin auf unserem Schiffe verbarg, hatte man nur den Anfangsbuchstaben erfahren. Hätte es sich um irgendwelche andere Nachricht gehandelt, so wäre das Geheimnis von den Beamten des telegrafischen Postens, dem Bordkommissar und dem Kapitän zweifellos gewahrt worden. Aber es gibt Ereignisse, die auch die strengste Verschwiegenheit zu sprengen vermögen. Noch an demselben Tage wussten wir alle, dass der berüchtigte Arsène Lupin sich an Bord befinde. Arsène Lupin. Der unfassbare Mensch, über dessen Taten die Zeitungen seit Monaten berichteten. Jene rätselhafte Persönlichkeit, mit der der alte Ganimar, unser bester Polizeibeamter, jenes Duell auf Leben und Tod begonnen hatte, dessen wechselvoller Verlauf sich so abenteuerlich abspielte. Arsène Lupin. Der einfallsreiche Gentleman, der nur in Schlössern und Salons arbeitet. Und der eines Nachts, als er in das Haus von Baron Schormann eingestiegen, mit leeren Händen wiedergegangen war und nur seine Karte mit folgenden Worten zurückgelassen hatte. Arsène Lupin, der Gentleman, wird sich erst wieder die Ehre geben, vorzusprechen, sobald die Interieurs echt sein werden. Arsène Lupin. Dieser Mann in tausend Gestalten. Heute Chauffeur, morgen Tenor, einmal Buchmacher, ein andermal Student, bald Jüngling, bald Greis, oder auch südfranzösischer Weinreisender, russischer Nihilist, spanischer Torero. Man denke sich unsere Verblüffung. Arsène Lupin an Bord. In dem verhältnismäßig beschränkten Rahmen eines Überseedampfers. In dem kleinen Winkel der ersten Klasse, wo man vom frühen Morgen bis zum späten Abend alle Augenblicke aufeinandertraf. Im Speisesaal, im Salon, im Rauchzimmer. War's vielleicht diese? Mein Tischnachbar etwa? Oder gar mein Kabinengenosse? Ach, und dieser Zustand wird noch fünfmal vierundzwanzig Stunden wehren, rief am darauf folgenden Tage Miss Nellie Underdown. Das ist ja unerträglich. Hoffentlich wird man ihn festnehmen. Und zu mir gewandt, setzte sie hinzu. Herr von Andresi, der Sie mit dem Kapitän auf bestem Fuß zu stehen, haben Sie nichts erfahren. Ich hätte wohl gern etwas wissen mögen, schon um mir einen Gefallen zu erweisen. Miss Nellie war eine jene herrlichen Frauengestalten, die überall, wo sie erscheinen, sofort den ersten Platz erobern. Ihre Schönheit blendet ebenso wie ihr Reichtum. Sie haben ein Gefolge, glühende Anbeter und Schwärmer. Sie war in Paris bei ihrer französischen Mutter aufgewachsen und fuhr nun zu ihrem Vater, dem Dollarkönig Underdown in Chicago. Lady Gerland, eine ihrer Freundinnen, begleitete sie. Kaum an Bord hatte ich mich sofort von ihrem Reiz berührt gefühlt. Meine Huldigungen wurden mit einer gewissen Gunst aufgenommen und eine unbestimmte Sympathie, die Miss Nellie mir entgegenbrachte, schien den Eifer zu belohnen, mit dem ich mich um sie bewarb. Ein einziger Nebenbuhle hätte mich vielleicht beunruhigen können, ein recht hübscher Jüngling, dessen zurückhaltende Art sie manchmal meinen etwas lebhaften Manieren vorzog. Er war eben in dem Kreise der Verehrer, die Miss Nellie umringten, als sie jene Frage an mich richtete. Wir saßen behaglich auf dem Promenadendeck. Das Gewitter des gestrigen Abends hatte den Himmel bereinigt. Ein wunderbarer Augenblick. Ich weiß auch nichts Näheres, Miss, antwortete ich ihr, aber wäre es nicht möglich, auf eigene Faust unsere Nachforschungen anzustellen, ebenso gut wie der alte Ganimar, Arsène Lupin's Intimfeind. Oh, oh, sie muten sich viel zu. Weshalb? Ist das Rätsel wirklich so schwer zu lösen? Ja, sehr schwer. Ja, sie vergessen, dass wir Anhaltspunkte haben. Welche? Erstens, Arsène Lupin hat sich einen Namen zugelegt, der mit R anfängt. Das besagt nicht viel. Zweitens, er reist allein. Das tun andere auch. Wie sie? Ja, drittens, er ist blond. Und nun, was weiter? Ja, wir brauchen bloß die Passagierliste durchzugehen. Ich zog das Papier aus der Tasche und überflog es rasch. Ja, nur dreizehn Herren sind an Bord, die durch den Anfangsbuchstaben ihres Namens in Betracht kommen. Nur dreizehn? Ja, also in der ersten Klasse. Von diesen Reisen, wie sie sich überzeugen können, neun in Begleitung ihrer Frauen, Kinder oder Diener. Somit bleiben vier Einzelne. Der Marquis de Raverdant, Botschaftssekretär, unterbrach mich Miss Nelly. Ich kenne ihn. Der Major Rawson? Mein Onkel, sagte jemand. Signore Rivolta. Ihr, rief ein Italiener, dessen Gesicht von kohlschwarzem Haar und Bart umrahmt war. Miss Nelly lachte auf. Man kann nicht sagen, dass Signore Rivolta blond sei. Naja, so sind wir zu der Schlussfolgerung gezwungen, dass der Gesuchte der Letzte auf unserer Liste ist. Und der wäre? Das wäre Monsieur Rawson. Kennt jemand Monsieur Rawson? Alles schwieg. Miss Nelly aber drehte sich dem schweigenden Jüngling zu, dessen Eifer um sie mich so sehr quälte. Nun, Monsieur Rawson, Sie antworten nicht? Alle wandten sich nach dem Angesprochenen um. Er war blond. Warum ich nicht antworte, sagte er in seiner langsamen Art, »Weil ich angesichts des R, mit dem mein Name beginnt und angesichts meiner Haarfarbe, sowie des Umstandes, dass ich allein reise, bereits selbst die gleiche Untersuchung vorgenommen habe und zu dem gleichen Ergebnis gelangt bin. Ich bin also selbst der Meinung, dass man mich festnehmen muss.« Das war natürlich nur ein Scherz. Nichtsdestoweniger machten sein Gesichtsausdruck und seine Haltung auf uns einen etwas peinlichen Eindruck. »Naiv«, fragte Miss Nelly, »aber Sie haben doch keine Wunde?« »Das ist wahr«, sagte er, »die Wunde fehlt.« Er zog mit nervöser Gebärde den Ärmel hoch, schlug die Manschette zurück und entblößte seinen Arm. Sofort aber fuhr mir ein Gedanke durch den Kopf. Mein Blick begegnete dem Miss Nellys. Er hatte uns den linken Arm gezeigt. Und ich hätte wirklich darauf aufmerksam gemacht, wenn nicht ein Zwischenfall eingetreten wäre. Lady Jernand, Miss Nellys Freundin, kam atemlos angelaufen. »Mein Schmuck, meine Perlen, man hat mir alles gestohlen!« Nein, es war nicht alles gestohlen worden, wie wir gleich darauf erfuhren. Es war noch merkwürdiger. Man hatte ausgewählt. Von dem Stern aus Diamanten, dem Anhänger an der Kette aus ungeschliffenen Rubinen, den durchbrochenen Halsketten und Armbändern, hatte man nicht etwa die größten Steine genommen, sondern die feinsten und kostbarsten. Diejenigen, könnte man sagen, die den größten Wert darstellten und dabei den wenigsten Platz einnahmen. Die Fassungen lagen noch auf dem Tisch. Ich sah sie, alle sahen wie sie, ihrer Steine beraubt, wie Blumen, denen die schönen, leuchtenden, bunten Blütenblätter ausgerissen worden waren. Um diese Arbeit durchzuführen, war es nötig gewesen, während der Zeit, in der Lady Jernand zum Tee ging, am helllichten Tag, und in einem belebten Flur die Tür der Kabine aufzubrechen, einen kleinen, vorsorglich auf dem Boden einer Hutschachtel versteckten Beutel zu finden, zu öffnen und darin auszuwählen. Ein einziger Gedanke beherrschte uns alle. Unter allen Passagieren gab es nur eine einzige Meinung, als der Diebstahl bekannt wurde. Das war Arsène Lupin. Es war ja tatsächlich seine komplizierte, geheimnisvolle, unfassbare und doch logische Art. Denn wie schwierig war es doch, die sperrige Masse aller Schmuckstücke zu verstecken, und wie viel weniger Beschwernis gab es mit den kleinen, voneinander unabhängigen Stücken, den Perlen, Smaragden und Saphiren. Beim Diner blieben die Sitze rechts und links von Arsène leer. Und abends erfuhr man, der Kapitän habe ihn rufen lassen. Niemand zweifelte daran, dass damit der Dieb verhaftet sei. Nun konnte man wieder aufatmen. Fenderspiele wurden veranstaltet, dann tanzte man. Miss Nelly vor allem legte eine Lustigkeit an den Tag, die mir bewies, dass sie der Huldigungen Rosens nicht mehr gedachte. Ihre Anmut nahm mich nun vollends gefangen. Um Mitternacht, beim Schimmern des Mondlichtes, gestand ich ihr meine Gefühle mit Worten, die ihr nicht zu missfallen schienen. An nächsten Tage jedoch erfuhr man zum allgemeinen Erstaunen, dass Rosens frei geblieben war. Er hatte sich mit amtlichen Papieren als der Sohn eines angesehenen Großhändlers in Bordeaux legitimiert. Außerdem war an seinen Armen nicht die geringste Spur einer Wunde zu sehen. Papiere, Geburtsschein, Reisepass, riefen die Zweifler. Als ob Arsène Lupern nicht so viele Papiere vorweisen kann, wie man sie nur verlangen mag. Und die Wunde? Das ist eben ein Irrtum des Steckbriefes. Oder er hat sie überschminkt. Man hielt ihnen vor, dass zu der Stunde des Diebstahls Rosens mit uns auf dem Promenadendeck gewesen war. Darauf erwiderten sie, hat es ein Mann wie Arsène Lupern nötig, persönlich an dem Diebstahl teilzunehmen, den er begeht? Außer dieser seltsamen Überlegung gab es noch einen Punkt, den auch die Skeptischsten nicht bekritteln konnten. Wer außer Rosens reiste allein, war blond und hatte einen Namen, der mit R begann? Wen sollte das Telegramm sonst meinen, wenn nicht Rosens? Und als Rosens einige Minuten vor dem Mittagessen mutig auf unsere Gruppe zukam, standen Miss Nellie und Lady Gerland auf und entfernten sich. Das war, rundweg gesagt, Furcht. Eine Stunde später ging unter den Matrosen, Schiffsbeamten und Reisenden aller Klassen ein Aufruf von Hand zu Hand. Und dem Kapitän erklärte Rosens, wenn mir niemand gegen diesen Banditen zu Hilfe kommt, so werde ich allein mit ihm fertig werden. Rosens gegen Arsène Lupern Oder vielmehr, nach der allgemeinen Meinung, Arsène Lupern gegen Arsène Lupern Das war ein Kampf, der Interesse bot. Er dauerte volle zwei Tage. Man sah Rosens umherirren, sich unter die Mannschaft mischen, Fragen suchen. Dabei unterstützte ihn der Kapitän nach Kräften. Die Provence wurde von oben bis unten durchstöbert, in der sehr richtigen Annahme, dass die Juwelen überall nur nicht in der Kabine des Schuldigen versteckt sein könnten. Man wird schließlich doch dahinter kommen, nicht wahr? fragte mich Miss Nellie. Mag Arsène Lupern ein noch so großer Hexenmeister sein, Diamanten und Perlen kann er schließlich nicht unsichtbar machen? Vielleicht, erwiderte ich ihr, man müsste das Futter unserer Hüte und Kleider und alles, was wir an uns haben, durchsuchen. Dabei zeigte ich meinen Kodak 9x12, mit dem ich Miss Nellie in allen möglichen Stellungen zu fotografieren nicht müde wurde. Glauben Sie nicht, dass allein schon in einem Apparat, wie dieser da, Platz genug ist für alle Edelsteine der Lady Gerland? Man tut so, als fotografierte man, und der Streich ist gespielt. Ich habe gehört, dass es keinen Verbrecher gäbe, der nicht irgendeine Spur zurücklasse. Und doch gibt es einen. Arsène Lupin. Warum? Weil er nicht allein an den Diebstahl denkt, den er begehen will, sondern auch an alle Umstände, die ihn nachher verraten könnten. Anfangs glaubten Sie doch an seine Festnahme. Seitdem aber habe ich ihn bei der Arbeit gesehen. Und nun sind Sie der Meinung, dass man mit ihm nur unnütz seine Zeit vergeudet. In der Tat ergaben die Nachforschungen keinerlei Resultat, oder doch wenigstens kein solches, wie man es erhofft hatte. Dem Kapitän wurde nämlich die Taschenuhr gestohlen. Wütend verdoppelte dieser seinen Eifer und ließ kein Auge von Rosén, mit dem er mehrere Unterredungen gehabt hatte. Am nächsten Tage fand sich die Uhr in der Kragenschachtel des ersten Offiziers. Das grenzte fast ans Wunderbare und wies so recht Arsène Lupins humoristische Art auf, die den Eindruck hervorrief, als ob er nur aus Liebhaberei arbeitete. In der vorletzten Nacht hörte der Wachtoffizier an der dunkelsten Stelle der Schiffbrücke ein dumpfes Stöhnen. Er tat näher. Ein Mann mit gefesselten Handgelenken, den Kopf mit einem grauen, dicken Tuche umwickelt, lag auf dem Boden. Man befreite ihn von den Banden und hob ihn auf. Der Mann war Rosén. Auf einer nächtlichen Wanderung war er von hinten überfallen und seiner Barschaft, die sich auf 20.000 Frauen belief, beraubt worden. Eine Visitenkarte, die mit einer Stecknadel an seinem Rock befestigt war, trug die Worte »Arsène Lupin nimmt mit bestem Dank die 10.000 Frauen des Monsieur Rosén an.« Zunächst beschuldigte man Rosén, diesen Überfall simuliert zu haben, aber abgesehen davon, dass es ihm unmöglich gewesen wäre, sich selbst derart zu fesseln. Wurde festgestellt, dass die Schrift auf der Karte grundverschieden von der Roséns war, jedoch aufs Haar der »Arsène Lupins glich«, die man aus verschiedenen an Bord befindlichen alten Zeitungen kennengelernt hatte. So war also Rosén doch nicht »Arsène Lupin«. Eine wahre Panik brach jetzt aus. Man wagte nicht mehr allein in seiner Kabine zu bleiben, ebenso wenig, sich in etwas weniger belebte Winkel zu verirren. Selbst die Vertrautesten trennte eine unwiderstehliche Furcht. Denn die Gefahr kam nicht mehr von einer einzelnen überwachten Person. »Arsène Lupin« war jetzt Deshalb schien uns der letzte Tag unendlich. Man bebte im ängstlichen Vorgefühl eines Unglücks. Diesmal würde es nicht mehr der Diebstahl, der einfache Raub, diesmal würde es wohl der Mord sein. Unbeschränkter Herr an Bord, dem gegenüber die obrigkeitliche Gewalt kraftlos versagte, brauchte Arsène Lupin nur zu wollen. Alles war ihm erlaubt. Er verfügte über Gut und Leben. Köstliche Stunden für mich, denn sie verschafften mir Miss Nellys Vertrauen. Durch die Ereignisse aufs Höchste erschreckt, suchte sie an meiner Seite Schutz und Sicherheit, die ihr zu bieten, ich glücklich war. Für mich, das muss ich zugeben, waren es zauberhafte Stunden, denn sie trugen mir das Vertrauen von Miss Nellys ein. Sie, die durch so viele Ereignisse beeindruckt und von Natur aus schon leicht zu beunruhigen war, suchte freiwillig an meiner Seite Schutz und Sicherheit. Ich war glücklich, ihr beides bieten zu können. So blieben wir bis zum letzten Augenblick beisammen, nebeneinander. Innerlich pries ich dafür Arsène Lupin. War er es nicht, der uns einander näher brachte? Verdankte ich nicht ihm, dass ich das Recht hatte, mich den schönsten Träumen hinzugeben? Träumen der Liebe und handfesteren Träumen, warum soll ich es nicht zugeben? Die Andresis sind von gutem Geschlecht, aus Poitiers, aber ihr Wappen hat ein wenig an Gold verloren und es scheint mir eines Kavaliers nicht unwürdig, daran zu denken, seinem Namen den verlorenen Glanz wiederzugeben. und diese Träume, das fühlte ich missfielen, Miss Nellie nicht. Ihre lächelnden Augen erlaubten mir, sie zu träumen. Die Sanftheit ihrer Stimme gab mir das Recht, zu hoffen. So blieben wir bis zum letzten Augenblick beisammen, nebeneinander am Geländer stehend, während die Linie der amerikanischen Küste vor unseren Augen auf und ab schwankte. Die Nachforschungen an Bord hatte man aufgegeben. Man wartete. Von der ersten Klasse angefangen bis zu dem Zwischendeck, das von Auswanderern nur so wimmelte, sah man aufgeregt der Minute entgegen, in der sich endlich das unlösbar scheinende Rätsel lösen würde. Und diese Minute kam. Sollte ich hundert Jahre leben, ich werde sie in ihren kleinsten Einzelheiten nicht mehr vergessen. Wie bleich Sie sind, Miss Nelly, sagte ich zu meiner Genossin, die sich ängstlich auf meinen Arm stützte. Und sie, antwortete sie mir, sie sind ganz verändert. Aber denken Sie doch, dieser Augenblick ist so spannend und ich bin so glücklich, ihn an ihrer Seite erleben zu können, Miss Nelly. Ich könnte mir denken, Sie werden später manches Mal in der Rückerinnerung dabei verweilen. Sie hörte nicht auf mich. Das Fieber der Erwartung hatte sie gepackt. Die Gangway wurde ausgefahren. Bevor wir aber diese betreten durften, stiegen Leute an Bord, Zollbeamte, Männer in Uniform, Gepäckträger. Miss Nelly stammelte. Wenn Arsene Lupin während der Überfahrt entschlüpft wäre, so würde mich das auch nicht mehr wundern. Er hat vielleicht den Tod der Schande vorgezogen und ist lieber ins Meer gesprungen, als sich festnehmen zu lassen. Sporten Sie nicht, sagte sie gereizt. Plötzlich fuhr ich zusammen und da sie mich fragend ansah, sagte ich ihr, sehen Sie den alten, kleinen Mann, dort am anderen Ende der Gangway. Den mit dem Regenschirm und dem olivgrünen Überrock? Ja. Das ist Ganimard, der berühmte Detektiv, der geschworen hat, Arsene Lupin mit eigener Hand zu verhaften. Somit ist es sicher, dass Arsene Lupin erwischt wird? Wer weiß. Ganimard hat ihn, wie es scheint, nie anders als verkleidet gesehen. Höchstens, wenn ihm der Name bekannt wäre, unter dem Arsene Lupin sich eingeschifft hat. Ach, wenn ich seine Verhaftung sehen könnte, sagte sie mit der den Frauen eigenen Neugier. Gedulden wir uns. Er hat gewiss die Gegenwart seines Todfeindes bereits bemerkt und wird es vorziehen, als einer der Letzten von Bord zu gehen, wenn das Auge des alten Mannes schon ermüdet ist. Die Passagiere begannen das Schiff zu verlassen. Mit gleichgültiger Miene auf seinen Regenschirm gestützt, ließ Ganimard die Menge, die sich über den Steg drängte, an sich vorüber. Ich bemerkte, dass ein Bordoffizier ihm von Zeit zu Zeit Auskünfte gab. Der Marquis de Ravardin, der Major Rawson, der Italiener Rivolta und noch viele andere kamen an ihm vorbei und ich sah, wie Rosane sich näherte. Arme Rosane! Er hatte sich von seinem Missgeschick noch nicht erholt. Vielleicht ist er's doch, flüsterte mir Miss Nelly zu. Was meinen Sie? Ich meine, es müsste recht interessant sein, Ganimard und Rosane auf dieselbe Fotoplatte zu bekommen. Nehmen Sie doch meinen Apparat, ich habe alle Hände voll. Ich gab ihn ihr, aber es war zu spät, als dass sie sich dessen hätte bedienen können. Rosane ging vorbei. Der Offizier neigte sich zu Ganimards Ohr, doch dieser zuckte leicht mit den Achseln und Rosane schritt an Land. Aber wer ist denn jetzt Arsène Lupin? Ja, sagte Miss Nelly mit lauter Stimme. Wer ist es? An Bord waren knapp noch zwanzig Personen. Sie betrachtete diese der Reihe nach mit der unklaren Besorgnis, dass er nicht unter ihnen sei. Wir können nur nicht länger warten, sprach ich zu ihr. Sie ging voran, ich folgte. Wir hatten aber noch keine zehn Schritte getan, als Ganimard uns den Weg vertrat. Was soll das? rief ich. Einen Augenblick, mein Herr, haben Sie denn solche Eile? Ich begleite diese Dame. Einen Augenblick nur, wiederholte er in eindringlichem Tone. Er sah mir ins Gesicht und dann sagte er trocken, indem er mich scharf anblickte, Arsène Lupin, nicht wahr? Ich lachte auf. Sie irren sich, nur Bernard von Andresy. Bernard von Andresy ist vor drei Jahren in Mazedonien gestorben. Wenn Bernard von Andresy tot wäre, würde ich nicht mehr auf der Welt sein. Und wie Sie sehen, ist das nicht der Fall. Übrigens hier meine Ausweispapiere. Nicht die ihren, die seinen. Wie diese in ihren Besitz gelangt sind, kann ich ihnen erklären, wenn ihnen daran liegt. Sie sind ein Narr. Arsène Lupin hat sich unter einem Namen eingeschifft, der mit R beginnt. Ja, ich weiß, auch so einer ihrer Scherze, mit dem Sie da drüben auf eine falsche Fährte gelockt haben. Ah, Sie sind ein Schlaukopf, mein Junge, aber diesmal ist das Glück gegen Sie. Vorwärts Lupin machen Sie eine gute Miene zum bösen Spiel. Er zögerte einen Augenblick. Dann versetzte er mir einen kräftigen kurzen Schlag auf den rechten Unterarm. Ich stieß einen Schmerzensschrei aus. Er hatte die kaum vernarbte Wunde getroffen, wie das Telegramm erwähnte. Ich hatte mich verraten und es blieb mir nichts übrig, als mich in mein Schicksal zu ergeben. Ich wandte mich nach Miss Nelly um. Leichenfahl und zitternd hatte sie alles mit angehört. Ihr Blick begegnete dem Meinen und senkte sich dann auf den Kodak, den ich ihr übergeben hatte. Sie zuckte zusammen und ich hatte die Empfindung, nein, die Gewissheit, dass sie mit einem Male alles verstand. Zwischen den dünnen Lederwänden in der Höhlung des kleinen Apparates, den ich ihr vorsichtigerweise anvertraut hatte, bevor mich Ganimar festnahm, waren die zwanzig tausend Franc Rosens samt den Perlen und Diamanten der Ledy Gerland verborgen. In diesem für mich so verhängnisvollen Augenblick, wo Ganimar und zwei seiner Leute mich umringten, war mir alles gleichgültig. Meine Verhaftung wie die Verachtung der Leute. Nur auf eines kam es mir an, zu erfahren, welchen Entschluss Miss Nerly betreffs des ihr fassen würde. Dabei dachte ich nicht einmal daran, dass man mit dem Kodak den materiellen und entscheidenden Beweis gegen mich erhalten würde. Ich wollte nur wissen, ob sie es über sich bringen werde, diesen Beweis gegen mich zu liefern. Sie ging an mir vorüber. Ich grüßte sie mich tief verbeugend. Kein Wort wurde zwischen uns gewechselt. Meinen Kodak in der Hand betrat sie mit den übrigen Passagieren die Gangway. Offenbar, so dachte ich, wagt sie es nicht vor allen Leuten, aber nachher wird sie ihnen auf das Polizeiamt bringen. Aber mitten auf dem Steg ließ sie wie aus Ungeschicklichkeit den Apparat ins Wasser fallen. Dann entfernte sie sich raschen Schrittes. Ihre schlanke Gestalt verlor sich in der Menge. Eine Sekunde lang stand ich da, unbeweglich, von einem sanften Gefühl der Rührung durchdrungen. Dann seufzte ich zu Ganimars größtem Erstaunen laut auf. Manchmal ist's wirklich schade, kein ehrlicher Mensch zu sein. Ungefähr mit diesen Worten hat mir Ersène Lupin an einem Winterabend die Geschichte seiner Verhaftung berichtet. Der Zufall hat uns bekannt gemacht und zwischen uns freundschaftliche Bande geknüpft. Von Zeit zu Zeit taucht er unerwartet bei mir auf und erzählt mir von seinem ereignisreichen Leben. Ja, ich wage zu glauben, dass Arsène Lupin mich mit ein wenig Freundschaft auszeichnete und aus Freundschaft kommt er manchmal unvermutet zu mir und bringt in die Stille meines Arbeitszimmers seine jugendliche Ausgelassenheit, die Ausstrahlung seines abenteuerlichen Lebens, die heitere Laune eines Menschen, für den das Schicksal nur Gunst Bezeigungen und Lächeln hat. Sein Porträt Wie könnte ich es wiedergeben? Zwanzig Mal habe ich Arsène Lupin gesehen und zwanzig Mal ist mir ein anderes Wesen erschienen oder eher dasselbe Wesen, von dem zwanzig Spiegel mir ebenso viele verschiedene Bilder wiedergaben. Jedes hatte seine besonderen Augen, seine spezielle Gesichtsform, seine eigenen Gesten, seine Gestalt und seinen Charakter. Ich selbst, sagte er zu mir, weiß nicht mehr genau, wer ich eigentlich bin. In einem Spiegel kann ich mich selbst nicht mehr erkennen. Das mag ein paradoxes Bon Mord gewesen sein, das aber Wirklichkeit gewonnen hat für diejenigen, die ihm begegneten und seine unerschöpflichen Hilfsmittel nicht kannten, seine Ausdauer, seine Kunst im Schminken, seine wunderbare Fähigkeit, sogar die Proportionen seines Gesichtes zu verändern und dessen Züge entstellen zu können. Warum, fügte er hinzu, sollte ich denn ein bestimmtes Erscheinungsbild haben? Warum sollte ich nicht diese Gefahr einer stets identischen Persönlichkeit zu vermeiden wissen? Meine Taten zeichnen mich doch ausreichend. Und mit einem Anflug von Stolz sagte er, es ist umso besser, wenn man niemals mit völliger Sicherheit sagen kann, der da ist Arsene Lupin. Die Hauptsache ist, dass man ohne Furcht vor einem Irrtum sagen kann, Arsene Lupin hat dies getan. Und vielleicht werde ich nach seinen vertraulichen Berichten versuchen, einige seiner Taten und Abenteuer wiederzugeben, so wie er sie mir an langen Winterabenden in der Stille meines Arbeitszimmers in Freundschaft erzählte. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020